Wir haben immer diesen Streit über das Hochhaus. Man kann einfach zeigen, wenn Sie in Zürich das Lochergut nehmen, das ist sehr beliebt, das funktioniert gut. Wenn Sie diese Hardauer-Hochhäuser nehmen, die funktionieren auch sehr gut. Und dann haben Sie noch diese zwei Hochhäuser, die da mein Großonkel gebaut hat, die funktionieren auch gut. Und da hat es einen Haufen Leute drin. Das funktioniert ziemlich gut. Dort wohnen mehr Leute drin, als wenn Sie etwas Kleineres bauen. Aber das Problem ist natürlich, die Regeldichte ist momentan so, dass Sie nicht wirklich Clusters mit Hochhäusern machen können, wo Sie ganz massiv verdichten. Aber nochmal, das ist nicht das einzige Mittel, das ich vorschlage. Jacqueline, machen wir noch einen Sprung zum nächsten Thema. Die Reifeisenstudie sagt, die Mietzinsen sind 40% zu hoch. Was läuft eigentlich schief? Was müsste passieren? Es kann sein, dass das Mietrecht nicht greift. Punkt. Wir müssen das Mietrecht in die andere Richtung revidieren. Was funktioniert dort nicht? Unser Mietrecht ist eigentlich genial. Es kennt eine Kostenmiete plus man darf keinen übermässigen Gewinn erzielen. Und das Bundesgericht definiert diesen Gewinn, den man erzielen kann, als ein halbes Prozent über Referenzzinssatz. Die Fakten sind die anderen. Wir sind einfach da draußen, herrscht ein total illegaler Zustand. Als wäre dein Rezept gegeben? Ja, dass man die Beweislast umkehrt. Heute ist es so, dass der Mieter oder die Mieterin beweisen muss, dass der Vermieter eine übermässige Rendite erzielt. Da kommt der Vermieter und sagt, ja, ich habe jetzt diese Belege nicht mehr. Und ja, das ist ganz schwierig zu beweisen. Kommt hinzu, dass die Mieterinnen und Mieter das ja gar nicht wissen. Und das Zweite ist, man darf nicht bei Kündigungen, also bei Wechsel in Wohnungen, darf man nicht einfach die Mieten erhöhen. Das wird aber gemacht. Und wir reden hier von 18 Milliarden. Also nicht so Pipi-Fax, 18 Milliarden, die den Mieterinnen und Mietern in der Tasche fehlen. Und das sind reine Umverteilungsprozesse. Das ist absolut inakzeptabel. Und dann möchte ich noch ein Wort zu Thomas sagen. Mit diesem, oh, wenn wir irgendwelche Hochhäuser bauen, dann sinken die Mieten. So etwas Absurdes. Das ist einfach ökonomisch falsch. Genauso wie das mit der Dichte. Das sagt ja jeder Architekt und jeder Stadtentwickler, dass eben Hochhäuser nicht das Maß der Dichte sind. Aber wir haben, die Mieten würden sinken, hätten wir ein Überangebot in den Städten und Agglomerationen. Das hatten wir nie und werden wir nie haben. Wir haben immer eine massive Übernachfrage. Das heißt, mehr bauen führt nicht zu tieferen Preisen, sondern nur zu mehr Gewinnen von den Immobilieneigentümern. Punkt. Ende. Punkt. Nee, nee, da bin ich natürlich überhaupt nicht einverstanden. Ein Beispiel. Die Wohnung, in der ich an der Staufacherstraße war, war schon sehr teuer. Die war renoviert worden. Das ist eine typische Kreis 4 Wohnung. Wir haben 2007 für vier Zimmer bezahlt. Als ich dort raus bin, habe ich auf Facebook gesagt, man muss die Wohnung innerhalb von einer Woche übernehmen und wurde überrannt mit Leuten, die diese Wohnung haben wollten. Die Vermieterin hat mir dann gesagt, nee, sie müssen da gar nichts machen. Wir werden renovieren. Warum wird renoviert? Weil man eben so wahnsinnig viel höhere Mieten machen kann. Und es ist das Problem wirklich, wenn das Angebot so hinter der Nachfrage herhinkt, dann ist der Druck, dass man erhöht, der ist so groß. Und das können Sie überall sehen. Überall werden Häuser komplett renoviert, entkernt, neu gemacht, damit sie eine höhere Miete erzielen. Und dort können Sie sehr wohl gegensteuern mit einem größeren Angebot. Zwei Argumente dafür. Beim Büroraum, also wir hatten eine Zeit, als es sehr schwierig war, Büroraum zu kriegen. Heute ist der Büroraum preislich unter Druck. Das zweite Argument ist, in vielen Ablumerationen haben wir dieses Phänomen der Geistersiedlung. Und in der Ablumeration kommen auch die Mieten plötzlich unter Druck, weil das Angebot eben so hoch ist. Heute ist hier gerade in der NZZ am Sonntag im Magazinteil, also bei der Gesellschaft, ein schöner Artikel über die Seefeldisierung. Und anhand dieses Quartiers wird gezeigt, was du jetzt besprochen hast, was dort in den letzten Jahren passiert ist. Dass unglaublich viele, viele Gebäude total renoviert worden sind, die Mietzins haben sich mehr als verdoppelt. Was ist dagegen zu tun? Und was wäre, du schlägst ja als eine ganz wichtige Idee, dass die Stadt möglichst überall, wo sie die Hand drauf kriegen kann, Boden selbst kaufen und dann gemeinnützige Nutzung zuführen. Ja unbedingt, also Thomas, ich sage es dir nochmal, solange es kein Überangebot gibt, rutschen die Preise nicht. Und in den Städten wird es, wie Genf, wie Lausanne, wie Zürich, wie Bern, wie St. Gallen und so weiter, wird es kein Überangebot geben. St. Gallen sind die Mieten sehr moderat im Moment. Ja, das stimmt, das stimmt. Aber es wird kein, also die sind schon immer moderat gewesen, also im Vergleich, aber sie sind immer noch, sie schöpfen die maximale Zahlungsbereitschaft auch drittab. Ja, es wird kein Überangebot geben und dann rutschen die Preise nicht. Das ist banalste Ökonomie. Weil du hast so ein drastisches Übernachfrage, das wird einfach nicht passieren. Und der Staat soll kaufen. Ja, unbedingt. Es ist eine Frage der Eigentumsverhältnisse. Gemeinnützige Wohnbauträger, die machen eben das, was eigentlich unser Mietrecht vorsieht. Sie verlangen eine Kostenmiete und machen keine Rendite. Und Wohnen ist ein Grundgut. Es muss keiner irgendwem Gewinn abliefern und finanzieren, jeden Monat, jeden Monat. Das ist einfach inakzeptabel, dieser Zustand, das gehört eigentlich wie Wasser der Allgemeinheit, der Grund und Boden. Und würde man das tun, würde man jetzt auf einen Schlag alles kaufen. Ein Gedankenexperiment. Es sind ungefähr 4 Billionen ist unser Immobilienbestand wert in der Schweiz. 4 Billionen, 4.000 Milliarden. Würde man das auf einen Schlag kaufen, also mit dem angezundenen Land und mit den Bürohäusern, würde der Staat, also die Gemeinden, Kanton, Bund das kaufen und 2% Nutzungsgebühr verlangen auf den jetzigen Kaufpreis. Wir könnten sämtliche Steuern abschaffen, Mehrwertsteuer, Einkommenssteuer, Gewinnsteuer, Mineralölsteuer, Tabaksteuer, alle Steuersorten abschaffen und wir hätten immer noch mehr Ertrag. Ja, prima, das ist wunderbar, da sage ich mit Matolo, you dream you, weil das Problem ist, das ist ja alles wunderschön, das Problem ist aber, dass wir in einem konservativen, in einem bürgerlichen Land leben und in der nächsten Zeit wird das nicht stattfinden. Und die Frage ist die, was machen wir bis allenfalls eines Tages dann alles Jusos sind, die die Schwimmbürger sind und das kommt, was machen wir bis dann? Und es reicht eben nicht diese, die Stadt strebt an, 33% gemeinnütziger Wohnanteil, das ist alles wunderschön, aber was ist denn mit den anderen 67% zum Beispiel mit mir oder mit Leuten, die nicht in einer Genossenschaftswohnung wohnen? Und dort muss man Antworten haben und dann finde ich noch wichtig, jetzt mal ganz egal, was es dann ist, ob es ein Hochbau ist oder eine Blockrandsiedlung, wenn das richtig ist, was ich am Anfang zeige, dass die Nachfrage steigt, weil wir länger leben, weil plötzlich alte Kläuse wie ich Kinder machen, weil mehr Leute allein wohnen etc. pp., dann muss man eine Antwort finden und dort reicht mir nicht, was die Stadtregierung erlaubt den privaten Investoren und es reicht mir nicht, was die Stadtregierung macht, wenn sie selber baut. Also Thomas, Genossenschaften sind privat, du meinst die renditeorientierten Investoren, nur dass wir präzis bleiben. Die Wortwahl ist jetzt entscheidend. Wenn wir halt schauen, was es braucht, oder? Eigentlich sind wir ja deinem sogenannten Rezept gefolgt, schau dir die Invest an, Bügerhochhaus, Wohnhochhaus, was haben wir da, eine Verdichtung? Nein, eine Hausnutzung von zwei, ich sage es nochmal, eine Altstadt hat eine Hausnutzung von sechs. Ja, aber das ist, weil man um die Hochhäuser, weil man so hoch aus nicht als Mittel der Verdichtung nutzen darf. Nein. Und ich meine, es gibt dieses Bild von der Pfingstwaldstraße, wo man sieht, ihr baut nicht Stadt, sondern Agglomeration. Und wenn man den Turbinenplatz anschaut, dort hat es keine Leute, weil es wenig dicht ist in diesem Quartier, pardon. Also, ich will einmal nur sagen, da hat es 200 Quadratmeter Zweitwohnungen, wir haben keinen Gen-Steuerertrag auf dem Ganzen noch dazu, also es ist dann auch noch, und 200 Quadratmeter Zweitwohnungen sind einfach nicht dicht, oder? Da wohnen einfach nicht viel mehr. Interessant ist ja, wenn du sagst, Lochergut und Bullingerhäuser und so weiter, ja, die sind, die gehören der Stadt, das sind Stadtwohnungen. Und die sind tatsächlich wesentlich dichter als ein Mobimo-Hochhaus, übrigens sehr teuer im Bau, also nur so zu sagen. Und da hat man auch entsprechende Dichte, weil da die Wohnungen relativ klein sind. Also wenn die öffentliche Hand Hochhäuser baut, ist das total was anderes, wie wenn die sogenannten privaten Investoren, respektive die Renditeorientierten, bauen. Das, was in Zürich-West-Stadtentwicklung, das ist jenseitig. Und dann noch ein Wort. Noch ein Wort. Du hast immer mit deinem Singapur als Vorbild. Oder du bist auf der Welt rumgereist, ich bin in Zürich rumgereist. Und ich wollte auch nie in die Welt, weil ich immer gefunden habe, Zürich ist so cool. Und Zürich ist eben Zürich, weil Zürich Zürich ist. Und weil es eben nicht Singapur ist. Und wir können schon sagen, ach, wir machen das überall auf der Welt gleich, wir ziehen irgendwelche Hochhäuser und lassen die Menschen da drin wie Kaninchen irgendwie wohnen. Und dann gibt es noch die Privilegierten, die können dann, wie du in deinem Film, in so gated communities sein, wo du dann irgendwie findest, das ist ja cool, da muss ich ja gar nicht mehr raus, da kann ich ja alles machen. Und dann sind wir wieder bei meinem Modell von den modernen Altstädten. Also es gibt einen Grund, warum es eben nicht so sein sollte, dass alle Städte gleichgeschaltet sind. Es ist ein Unterschied, New York und Los Angeles, Los Angeles irgendwie in der Mitte ein paar Hochhäuser und dann irgendwie ein Meer von Einfamilienhäusern. New York ist was anderes. Das ist doch gut, dass Zürich eben anders ist und nicht einfach, oh, wir machen das jetzt so wie Singapur. Gehen wir an diesen Punkt, Jacqueline, zu Thomas und Plan. Ich meine, du sagst ja verdichten, aber verdichten ist nicht nur verdichten, es kann auch besser werden. Dabei machst du dich aber gleichzeitig wieder lustig über die Perkli, wenn da zwischendurch noch etwas grün sein muss. Wie muss es denn kommen? Geld, das kann es ja auch nicht sein. Natürlich nicht, das fordere ich auch nicht. Ich meine, Zürich bleibt, Zürich hat diese Altstadt, hat tolle Quartiere, wo es klar ist, dort kann man nicht radiat verdichten. Aber wenn ich nochmal ein Beispiel nehme, an der Rosengartenstraße hat die Stadt initiiert, dass man dort Studentenwohnungen baut. Und dann hat man gesagt, okay, das wird dreistöckig. Und dann hat man ein Drittel abgeschnitten, weil man gesagt hat, ja, wir brauchen noch einen Park. Und jetzt momentan, es braucht überall einen Park. Und Sie können von dort in sieben Minuten, Sie sind ja im Käferberg oben, Sie können zum Fluss runterlaufen, Sie brauchen nicht unbedingt einen Park. Man hat dann noch unten rein eine Kita gemacht. Das heißt, man hat zweimal zwei Drittel Studentenwohnungen. Anstatt, dass man das größer macht. Als ich mich mit der Stadt bestritten habe, darüber hat die verantwortliche Dame gesagt, ja, das ist halt aus Respekt gegenüber dem Quartier, weil das war immer schon so. Das, was frisch beklagt, nicht diese, dass es überall dreistöckig ist oder sogar zweistöckig ist. Und diese Zahl, 86 Prozent der Leute in Zürich zwischen Pater und drittem Stock, das ist nicht genug. Und wir bezahlen das damit, dass ganz viele Leute ständig aus dieser Stadt rausfliegen, weil es einfach nicht genug Wohnraum hat, weil die Nachfrage steigt. Und das, glaube ich, das kann ich hier gut belegen. Und dann ist die Alternative nicht Singapur, sondern, dass man sich mal eingesteht und sagt, wir versuchen tatsächlich dort, wo es möglich ist, höher, dichter, größer zu bauen. Nein, nein, es muss sich auch nicht alles in Zürich konzentrieren. Wir machen eine Politik, wo alles sich auf Zürich konzentriert. Und Frau Mauch, unsere Stadtpräsidentin, sagt, ja, jetzt müssen wir auf 500.000 wachsen. Warum? Weil der Kanton das sagt, oder? Ja, es gibt auch noch Dülach, es gibt noch Kloten, es gibt wunderbar. Wir brauchen dezentrale Zentren. Wir machen seit den 60er Jahren einen völlig grotesken Siedlungsbau. Der heißt, da machen wir Wohn- und Fernsehstätten und da bauen wir irgendwie Arbeitsstätten. Und dann haben wir noch irgendwo Einkaufstempel und so Cineplex-Kram und irgendwie so. Total, das ist total falsch. Und Zürich konzentriert alles und dann machen wir Kunsthauserweiterung und dann noch Dingserweiterung, Landesmuseum, alles muss irgendwo in Zürich stattfinden. Wir haben, ich war in der Stadtentwicklungskommission in dieser Stadt, dann knallt man uns Folien hin, die sagen, Zürich West, 80.000 Arbeitsplätze, 4.000 Wohnplätze. Was ist denn das für ein Quatsch? Ich meine, oder? Nochmal, wir sollten Siedlungs- oder Stadtentwicklung so denken, dass wir dort arbeiten, wo wir wohnen und so weiter. Und das bedeutet eben auch eine Dezentralisierung der Arbeitsplätze in andere Zentren und nicht das ganze Wachstum auf Zürich konzentrieren. Thomas, dieser Punkt ist ja gerade auch eben heute im Zusammenhang mit dem Seefeld auch thematisiert. Zürich ist ja jetzt für viele Jahrzehnte ein wunderbares Beispiel an Vermischung gewesen bis heute. Aber wenn wir solche Prozesse haben, da passiert, und im Seefeld ist das passiert, eine Entmischung, das ist jetzt auch, was Schattling anspricht. Was sagst du dazu? Ja, das Problem ist, dort, wo es hohe Knappheit hat, wird eben genau wie im Seefeld Luxus saniert und dann fliegen die Leute, die dort vorhin waren, die fliegen raus. Und ich wiederhole mich. Wenn man nicht, längerfristig ist es so, dass neuer zusätzlicher Wohnraum billiger wird. Ich kann das Beispiel nehmen von dieser Wohnung, in der ich war, am Staufach, am Müllerstraße, wo ich dagegen besetzt habe und dann war ich damals, als ich dort drin war, in dieser Riesenwohnung, hat es 3000 Franken gekostet, was damals von einer Fünfzimmerwohnung sehr viel war. Heute ist das ganze Teil dort ziemlich runtergekommen. In diesen Wohnungen wohnen vor allem Weges und eigentlich sind das heute relativ preisgünstige Wohnungen. Und dasselbe sehen Sie bei der Helmutstraße, als damals man auch fand, die Preise der Wogenu seien zu hoch, weil die Altbauten an der Helmutstraße waren natürlich noch billiger. Also das heißt, längerfristig werden Wohnungen billiger und deshalb beharre ich drauf, man muss mehr bauen. Und wenn du sagst, man hätte in Zürich-West, man kann doch nicht so viele Arbeitsplätze und viel weniger Wohnungen, ja, dann kann man ja an der BZO reinschreiben, wir machen irgendwo sehr viel mehr Wohnungen. Kann man ja reinschreiben und sagen, die Pfingstweite Straße wird sehr viel dichter. Beispielsweise noch eine Abschlussordnung und dann machen wir Schluss. Ja, nochmal, also auch deine Analyse von Seefeld, da wurde nicht nur Luxus saniert, da wurde teilweise überhaupt nicht saniert und trotzdem sind die Mieten verdoppelt worden, bei jedem Wohnungswechsel, oder? Und es ist inakzeptabel, dass Leute, die Jahrzehntelang da wohnen und ihre Steuern zahlen und dem Quartier schauen, das ist ihr Zuhause, dass man die einfach wegkatapultiert und irgendwie sagt, du rentierst nicht mehr und du gehst jetzt nach Wallisälen, wo du noch nie warst. Das ist inakzeptabel und deshalb ist der Schlüssel der Sache die Eigentumsverhältnisse, weil das macht weder die Genossenschaften noch die Stadtwohnungen und der Schlüssel zu der Sache ist die Eigentumsverhältnisse. Und dafür brauchen wir auch kein Juso-Elektorat, weil das haben 76% der Bevölkerung, hat das gesagt und das ist das, was wir tun werden. Jetzt würde ich vorschlagen, wir, ja, es passiert schon, oben hat es eine wunderbare Wahl, können wir weiter diskutieren. Ich würde es zum Abschluss noch sagen, für die beiden und natürlich vor allem für den Filmer, Thomas Hemmerle, einen riesen Schlussapplaus und einen schönen Sonntag. Vielen Dank.